Und mit einer Scheiß-Banale-Challon sagt, ja, F***, ich bleib auch noch stehen, ist klar! Und die dritte Krali ich mir auch noch! So, willkommen zu einer weiteren Runde Mallcard Online. Und diesmal werde ich Bowser in dem einzigen Kart, was ich so noch nicht ausprobiert habe, das 300 SL Roadstar, ist das dritte von den neuen. Man merkt es an dem roten Rufzeichen, ich habe es noch nicht ausprobiert. Die beiden kenne ich schon. Und ja, wir nehmen die GLA-Refen, die passen so schön dazu. Mit dem Bowser-Gleiter. Und ja, diesmal bin ich mal wieder allein. Ja, dass ich auch gleich sagen werde, das nächste, spätestens das übernächste, wird dann höchstwahrscheinlich wieder ein... Äh, ja, wird dann wieder wieder dabei sein. Höchstwahrscheinlich wieder Decks Gaming LP. Also, wenn dich so in Battle 1G1 interessiert, oder vielleicht kommt ihr ja selbst dazu, dann haben wir ein, ja, einziger 1G1, oder je nachdem. Und warum ist jetzt das Internet abgekackt ernsthaft? Muss das in der Aufnahme sein? Okay, ich kannte das kurz raus. So, willkommen zurück zum Rennen. Jetzt habe ich doch eine Gruppe gefunden. Und kann jetzt endlich meinen Schlitten hier mal ausprobieren. Wie der allen davonzieht. Oh, da ist ein Österreicher in der Gruppe. Hey, ich bin auch aus deinem Land, was soll das? Und Teamwork hat dir der nicht gedacht. Aber das macht ja nichts. Warum beginnt jedes Mal das Tablet rot aufzuleichten, wenn ich aufnehme? Da stimmt doch was nicht. Jetzt hab, was ist mit euch? Nee, nee, nicht mit mir. Und vierter, das. Das ist doch schon besser. Und noch ein einzelner Pilz. Mal sehen, ob der vor mir was zu abwehren hat. Der hat einen Goldpilz und fährt an. Oh, ja, ist klar, du Scheißnote. Natürlich. Erstmal voll auf mich drauf. Geh weg. Abgrund. Also besser kann's nicht anfangen. Das muss ich doch schon mal ehrlich zugeben. Und wenn ich sterbe, bin ich sowieso irgendwie nicht wirklich schneller als alle anderen. Aber es gibt trotzdem einen, der runtergeflogen ist. So, aber jetzt ein bisschen was zum Aufholen. Drei Pilze. Nicht wirklich, äh, ja. Hilfreich, aber ja. Man nimmt, was man kriegen kann. So, mal sehen, wie viel mir dieser Pilz jetzt noch bringt. Gar nichts! Denn die sind irgendwie so schnell, dass die selbst schneller sind als ich, wenn ich einen Pilz einsetze. Und ich freu mich, obwohl ich Sechster bin. Okay. Bowser, irgendwas, ja. Bowser macht die Freidensprünge, obwohl er nur Sechster geworden ist. Nö, ich kann nicht Tods Autobahn. Es kommt der Flughafen da. Auf jeden Fall, ich freu mich schon auf das DLC, das kommen wird. Gekauft hab ich's mir schon. Deswegen hab ich ja auch schon die Yoshis und die Shy Guys in Fairback. Also in acht verschiedenen Farben. Insgesamt halt neun, die Originalfarbe und acht verschiedenen... Wie dämlich fahr ich eigentlich gerade, bitte? Ernsthaft. Wie man sieht, ich kann mit Karts einfach nicht fahren. Du hast nen roten Panzer. Warum fährst du mir mit dem rein und schießt den nicht nach vor wie jeder andere auch? Schieß deine roten Panzer. Danke. Wow. Die sind schon wieder alle schneller als ich. nicht. Ach so, die machen dieses Firehopping Ding da. Das sollte ich vielleicht online auch mal machen. Würde bestimmt helfen. Dieses Ding, den denn denn will. Uh, ich kann das auch. Das online bestimmt kein Fehler. Wow, Boomerang. Was hatte der jetzt denn bitte? Warum hat die immer so ein scheiß Panzer und ich fahre den genau hinten drauf? Ist das irgendein Fluch oder keine Ahnung was? So. So, Nico, ich komme. Mal sehen, aber schlechtestensfalls werde ich jetzt zweiter. Und ich mache jetzt Firehopping bis zum Geh nicht mehr. Ja, roter Panzer. Nein. Nein. Ja. Hä? Jetzt heißt, ich war die ganze Zeit zweiter. Dann habe ich den erstplatzierten überholt und bin immer noch zweiter. Wie war das jetzt bitte? Das muss ich mir unbedingt nochmal in der Aufnahme ansehen. Das muss ich mir nochmal ansehen. Hey, der hat dieselbe Karre wie ich. Und einen orangenen Yoshi. Ja, ist klar. Ich bin der fette Bowser und werde mal von jedem weggerannt. Ist klar. Ist ja auch voll normal. Die Fetten werden immer weggestoßen. Von den kleinen, dünnen. Oder wie. Ja, ja, ja. Nicht mich. Schöner, Roter Panzer. Nein, nicht auf mich, Roter Panzer. So, diesmal ist der Tobi hinter mir und schießt mich mit dem roten Panzer ab. Ist klar. Was ist eigentlich los? Ich habe da keinen Bock mehr zu spielen. Ich kann doch nicht mal den normalen Weg. Oh, dann nimmt mir dieses... BAAA! Oh, ja. Was seid ihr eigentlich? Ich fähr auch noch Läufer da. Die mit einer scheiß Banane schauen und sollt. Ja, f*** nicht. Ich bleib auch noch stehen. Ist klar. Und die dritte kreile ich mir auch noch. Ich bin vierter, guckt einmal den Vorsprung vom ersten, achso, ok, Cooper ist letzter, oder ist das der Erste? Ne, es ist der Letzte, ok, ich dachte jetzt schon, aber ich meine ja nur, Tobi hat auch nicht gerade ein wenig Vorsprung, ich kriege als vierter eine Kugel Wille, wie geil ist das denn? Wie geil war das denn gerade? Ok, ich bin auch meilenweit von denen entfernt, aber trotzdem ist das etwas, ja, komisch. Nein, Kugel Wille, mich kriegst du nicht mehr. Ich hole mir meinen dritten Platz, den behalte ich mir. Ah, Jamie hat ja keine Chance, die kommt uns gar nicht nach. Hey man, Eli, Tobi, Bauder, Marco. What the fuck, bin ich hier in einem OP-Team, in einer OP-Gruppe gelandet. Puh, was werden die, die für den Monster-Truck, ein Wikia-Monster-Truck, ein Wikia mit riesigen Reifen. Was machen die bitte für einen Power-Starter hinter mir alle? Mich trifft's wieder, mich trifft's wieder. Immer schön auf den Bauder, immer auf mich. Ach, ja. So, schnell weg da von seiner Pflanze. So, den da vorne hole ich mir auch noch. Irgendwann mal. Vielleicht nicht mehr dieses Rennen. Der grüne Panzer ging gerade im Millimeter meinem Auto vorbei. Ich hatte nur eine Blupa, ich wurde nicht langsamer. Und das ist wieder mal das letzte Rennen, denn mein Gamepad setzt schon wieder aus. Das kann's eigentlich nicht sein, aber egal. Fahr ins Ziel, werde Vierter. Danke. Den Blitz hab ich gebraucht. So, das war's mal wieder für diese Aufnahme. Und, ja. Dann sag ich mal, bis dann an. Wiedersehen. So, kommen wir zur Endcard. Links in grüne Schrift könnt ihr nochmal zum vorherigen Part. In der Mitte in blauen Schrift könnt ihr mich abonnieren, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Und rechts in roter Schrift könnt ihr wie möglich zum nächsten Part, sobald einer erscheint. Und wenn ihr auf Blackshear Dry Bones klickt, könnt ihr zu meinem Soweit-Kanal, in dem ich Real-Life-Videos drehe. Und, ja. Schaut mal vorbei, wenn es euch gefällt. Und, ja. Ich bin einer von Team Dry Bones. You cannot kill what is already death.